Hallo liebe Sternenfreunde, taucht mit mir ein in die Welt des geheimnisvollen Skorpions im November, wenn wir Halloween feiern und die Geister der Ahnen ehren. Alles ist im November in Fluss. Fünf Planeten wechseln die Richtung oder das Zeichen und wir brauchen viel Gelassenheit. Erfahrt mehr über den Neumond der Transformation und was das für die Sternzeichen bedeutet in meinen Horoskop-Videos für den November. In der Verlosung gibt es diesmal mein neues Jahrbuch 2019 zu gewinnen. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal.